Ich habe einen wiederkehrenden Traum. Eine unendliche Menge von Menschen steht in einer Schlange aufgereiht. Und sie sind nackt. Ich kann den Anfang und das Ende der Schlange nicht erkennen. Nur dass die Einzelnen auf einer gewölbten Oberfläche stehen. Man sieht die Wölbung der Erde unter ihnen. Ich weiß nichts über sie. Ich weiß nur, dass es Mütter und Töchter sind. Ist es möglich, mit der eigenen Mutter nicht in der Vergangenheit oder der Zukunft zu reden? Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Bitte lass mich nicht! Oder sie spüren so eine Art Phantomschmerz. Das Land, in das sie hineingeboren wurden, ist ihnen schon amputiert, aber es schmerzt trotzdem noch. Dann über die Hauptschmerzen, die Schmerzen 1 wird ein neues und severely zerstört, was die hebertezeit. Herzlichkeit ist eine gegenüberstehung.